Kennst du das Haus? Der steinerne Protagonist am großen Hirschgraben. Das Frankfurter Goethe-Haus feiert im Mai 2021 ein Jubiläum. Seine Wiedererrichtung, Wiedereinrichtung und Wiedereröffnung jährt sich zum 70. Mal. Als steinerner Protagonist begleitet es den Dichter quasi durch dessen ganzes Leben, bietet Schutz, aber auch Reibungsfläche und Stoff für Auseinandersetzungen, verleiht Wurzeln und regt doch zum Aufbruch an, lockt aber auch zur tatsächlichen und zur inneren Wiedereinkehr. Wie die Mutter stiftet es ihm Geborgenheit und Heimatgefühl. Wie der Vater repräsentiert es Ordnung, Bildung und Standesbewusstsein. Wie die Schwester Cornelia steht es für Unternehmungslust und Entdeckerfreude, aber auch für Beengtheit und Sehnsucht nach Freiheit. Dem stummen Protagonisten aus Stein wollen wir nun lauschen. Und das ist beileibe keine Antithese, Denn das Haus spricht mit zahlreichen Stimmen derer, die in ihm lebten, für es sorgten, es bewohnten, verehrungsvoll aufsuchten und es vor Verfall und Vernichtung bewahrten. Bis heute zielt es zahllose Besucher in seinen Bann und gibt ihnen das Gefühl, eine Lebensstätte Goethes, ein Privathaus, einen Rückzugsort aufzusuchen, ein lebendiges Ganzes. Somit wollen wir uns auf den Weg durch das Haus am Großen Hirschgraben machen und gemeinsam seine Räume und ihre Stimmen aufsuchen. Zunächst wollen wir das Erdgeschoss betreten, in dessen rückwärtigem Teil sich der Eingang zum Keller befindet. Ein wenig feucht, ein wenig nach alten Fässern und Wein riecht es schon, bevor man auch nur die Falltüre geöffnet hat. Kühl ist es hier, vor allem wenn man gerade vom Höfchen oder von der Straße, vom Hirschgraben aus, hereingekommen ist und nun auf den Steinfliesen steht. Goethe hegt lebhafte Erinnerungen an sein Elternhaus oder vielmehr gesagt sogar an deren drei. Denn zur Welt kommt er ja, bevor das prachtvolle Goethe-Haus entsteht, wie wir es heute kennen. Zwei alte, miteinander verbundene Häuser, die später dem Neubau weichen müssen, sind verwinkelt, dunkel, oft auch unheimlich und bilden das erste Zuhause, das kleinen Goethe. Die turmartige Treppe, die ungleich hohen Stockwerke, die zwar schöne Aussicht aus den oberen Stocken, aber auch die nächtlichen Ängste, die die düstere Umgebung weckt, all das begegnet uns in Dichtung und Wahrheit und zeichnet ein deutliches Bild von Goethes Umgebung in den ersten Lebensjahren. Dann aber kommt es im wahrsten Sinne des Wortes zu einem ungeheuren Umbruch, den der spätere Dichter uns in Dichtung und Wahrheit eindrücklich schildert. Solange die Großmutter lebte, hatte mein Vater sich gehütet, nur das Mindeste im Hause zu verändern oder zu erneuern. Aber man wusste wohl, dass er sich zu einem Hauptbau vorbereitete, der nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde. In Frankfurt, wie in mehreren alten Städten, hatte man bei Aufführung hölzerner Gebäude, um Platz zu gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit dem ersten, sondern auch mit den folgenden Stocken überzubauen, wodurch denn freilich besonders enge Straßen etwas Düsteres und Ängstliches bekamen. Endlich ging ein Gesetz durch, dass wer ein neues Haus von Grund aufbaue, nur mit dem ersten Stock über das Fundament herausrücken dürfe, die übrigen aber senkrecht aufführen müsse. Mein Vater, um den vorspringenden Raum im zweiten Stock auch nicht aufzugeben, wenig bekümmert um äußeres architektonisches Ansehen und nur um innere, gute und bequeme Einrichtungen besorgt, bediente sich, wie schon mehrere vor ihm getan, der Ausflucht, die oberen Teile des Hauses zu unterstützen und von unten herauf einen nach dem anderen wegzunehmen und das Neue gleichsam einzuschalten. Sodass, wenn zuletzt gewissermaßen nichts von dem Alten übrig blieb, der ganz neue Bau noch immer für eine Reparatur gelten konnte. Da nun also das Einreißen und Aufrichten allmählich geschah, so hatte mein Vater sich vorgenommen, nicht aus dem Hause zu weichen, um desto besser die Aufsicht zu führen und die Anleitung geben zu können. Denn aufs Technische des Baus verstand er sich ganz gut. Dabei wollte er aber auch seine Familie nicht von sich lassen. Diese neue Epoche war den Kindern sehr überraschend und sonderbar. Die Zimmer, in denen man sie oft genug enger gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geängstigt, die Gänge, auf denen sie gespielt, die Wände, für deren Reinlichkeit und Erhaltung man sonst so sehr gesorgt, alles das vor der Hacke des Maurers, vor dem Beile des Zimmermanns fallen zu sehen, und zwar von unten herauf und indessen oben, auf unterstützten Balken, gleichsam in der Luft zu schweben und dabei immer noch zu einer gewissen Lektion, zu einer bestimmten Arbeit angehalten zu werden, dieses alles brachte eine Verwirrung in den jungen Köpfen hervor, die sich so leicht nicht wieder ins Gleiche setzen ließ. Doch wurde die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher und manche Gelegenheit, sich auf Balken zu schaukeln und auf Brettern zu schwingen gelassen ward. Man kann sich nun vorstellen, wie viele Schwierigkeiten der jungen Frau Goethe diese Zeit voller Lärm und Unruhe, voller Bauschmutz und Unfallgefahr bereitet haben mag, zumal schon vier kleine Kinder im Hause lebten. Und was wohl Frau Rath Goethe von der Idee ihres Mannes hielt, auf der Baustelle auszuharren, aber auch seine Familie um sich haben zu wollen. Goethe selbst spielt bei diesem Umbau eine wichtige Rolle, die den Knaben sehr beeindruckt. In Maurerkleidung darf der Kleine während einer feierlichen Zeremonie im Beisein der Handwerker und seiner Familie selbst den Grundstein, der mit L.F. also Lapis Fundamentales markiert ist, 1755 selbst einmauern. So stolz ist er auf diesen Vorgang, dass er schon als Knabe in einer deutsch-latanischen Schularbeit ein kindliches Alter Ego angesichts des Lapis Fundamentales die Äußerung tun lässt. Ich gedenke und wünsche, dass der Stein nicht eher als mit dem Ende der Welt verrucket werde. Wolfgang soll Recht behalten. Der Stein ist noch heute an Ort und Stelle, auch wenn das Goethe-Haus seit dieser Zeit viel, ja, überviel erlebt hat. Wohl verborgen im Keller hat der Lapis die Jahrhunderte überdauert. Tröstlich für den Gast, der das Goethe-Haus betritt, dass der Grundstein, den die Hand des kleinen Wolfgang berührt hat, sowie der geheimnisvolle Keller, der damals die kostbaren Weine noch aus dem Nachlass der Großmutter beherbergt, nach wie vor unter dem steinenden Pflaster des Korridors ruhen, über den so viele Besucher hinweg schreiten. Dass der große Hirschgraben die Anlage von Weinkellern ermöglichte, die diese ehrwürdigen Vorräte aufnehmen konnten, gab ja letztlich den Ausschlag für den Ankauf des Grundstückes. So ist es nur recht und billig, dass der dort geborene Dichterfürst später auch eine große Leidenschaft für gute Weine entwickelte. Seine Mutter, die Frau Rath, bewahrte einen Gutteil dieser alten Weinbestände, die sie respektvoll »die alten Herren« nannte, Jahre, ja, jahrzehntelang getreulich auf, auch wenn das nicht immer einfach war, da sie aufwendiger Wartung bedurften und überdies der Keller regelmäßig unter Überschwemmung litt, wenn der Main Hochwasser führte und der Grundwasserspiegel sich hob. So eindrücklich waren diese Kellerpartien im Kahn bei Hochwasser, dass Mutter Goethe selbst sogar zur Dichterfeder griff und noch 1784 das folgende Gedicht an eine Weimarer Hofdame schickte. »Der Wein ist rar zu kriegen her, wir leben wie mitten auf dem Meer, es geht drunter und drüber, kreuz und quer. Die Keller sind vom Wasser voll, nun, Herr Neptun, nur nicht zu toll, was schert ihn denn der Rhein und Main? Geh er in sein Gebiet hinein!« Dieser Wunsch von Mutter Goethe hat sich leider nicht erfüllt, es gab weiterhin Überschwemmungen im Keller und den alten Wein scheint es aber nicht geschadet zu haben. Im Erdgeschoss befand sich nicht nur der Zugang zu dem geheimnisvollen, da eben nicht immer zugänglichen Keller, sondern auch das Reich der Regina Kulinae, der Küchenkönigin, wie sie in Vater Goethes lateinischem Haushaltsbuch heißt. Traditionell liegen eben ebenerdig, wo es vergleichsweise kühl und schattig ist, die Küchen- und die Speisekammer. Und die Speisekammer im Goethe-Haus hielt für den angehenden Gourmet Wolfgang so manchen Genuss bereit. Wenn der erwachsene Dichter in Wilhelm Meisters Lehrjahren dann seine Zuhörer mit allen Sinnen in die Vergangenheit und in das Haus der Kindheit Wilhelm Meisters zurückversetzt, dann kann man leicht erahnen, dass das Goethe-Haus für diese Passage Pate gestanden haben mag. Da heißt es Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten Häusern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Mäuse haben mögen. Sie sind aufmerksam auf alle Ritzen und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Naschwerk genangen können. Sie genießen es mit einer solchen verstohlenen, wollüstigen Furcht, die einen großen Teil des kindischen Glücks ausmacht. Unter allen Türen war, wie man leicht erahnen kann, die Türe der Speisekammer diejenige, auf die meine Sinne am schärfsten gerichtet waren. Wenig ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen der Empfindung, wenn mich meine Mutter manchmal hineinrief, um mir etwas heraustragen zu helfen und ich dann einige gedörrte Pflaumen entweder ihrer Güte oder meiner List zu danken hatte. Die aufgehäuften Schätze übereinander umfingen meine Einbildungskraft mit ihrer Fülle und selbst der wunderliche Geruch, die in so mancherlei Spezereien durcheinander aushauchten, hatte eine so leckere Wirkung auf mich, dass ich niemals versäumte, so oft ich in der Nähe war, mich wenigstens an der eröffneten Atmosphäre zu weiden. Man spürt förmlich, wie der kleine Wolfgang früher an der Speisekammer Tür geschnuppert haben mag und diese Genüsse sich ihm so eingeprägt haben, dass er sie dann später dem Wilhelm Meister zuschreibt. Steigen wir nun aus dem kühlen Erdgeschoss über die prachtvolle, breit angelegte Gütehaustreppe in den ersten Stock. Dort befindet sich traditionsgemäß eben die Belle Etage, also auf frankfurterisch das Schee-Stockwerk, quasi die erweiterte Kutschtubb der Frankfurter Familien. Für den Alltagsgebrauch ist die Belle Etage mit ihren vielen Räumen natürlich zu schade. Sie sind für besondere Gelegenheiten und für festliche Anlässe gedacht. Schon die Treppe deutet darauf hin. Bis zum ersten Stock ist sie aus rotem Sandstein. Danach führt sie dann mit Holzstufen weiter. Das Gelände, soweit den vornehmen Besuchern sichtbar, ist aus Schmiedeeisen, geziert mit den Initialen des Hausherrn Johann Kaspar Goethe, also J-C-G, und seiner Frau Katharina Elisabeth, also C-E-G. Ab dem zweiten Stock, wo es dann familiärer wird, ist das Geländer dann auch nur noch aus Holz. Wie im ganzen Haus, so sind auch hier in der Belle Etage die Öfen sinnreich vom Treppenhaus aus beheizbar und weisen auf den Zimmerseiten gar keine Türen auf, sodass Schmutz und Arbeitsaufwand nicht ins Blickfeld geraten. Nach der trubelerfüllten Zeit des Umbaus, von der Wolfgang erzählt hat, wird das Haus neu eingerichtet, schöner und reicher als zuvor. Alle Sammlungen des Vaters, die Bilder, die Bücher, die Kuriositäten werden feinsäuberlich geordnet, eigens angefertigte, teure Möbel werden aufgestellt, prachtvolle Tapeten und teure Spiegel, große Fenster und das erwähnte, herrliche, weitläufige Treppenhaus vermitteln einen ganz herrschaftlichen und lichten Eindruck im zuvor so dunklen Hirschgraben. Stolz auf den geglückten Umbau möchte die Familie vor allem der Vater nun das Leben in dem schönen neuen Haus genießen. Da bringt der siebenjährige Krieg ein Quartierung in die Stadt. Die Goethes haben noch Glück im Unglück. Keine Horden von Soldaten werden bei ihnen untergebracht, sondern deren Befehlshaber, der Graf von Toronc, der als Kunstfreund von der Bildersammlung im Haus beeindruckt ist und sich dort nun die prunkvolle Belletage zum Quartier nimmt, sehr zum Umwillen von Goethes Vater Johann Caspar. Mit dem geordneten Leben ist es vorbei, die Zustände im Haus gleichen, wie Goethe später schreibt, einem Bienenstock. Indichtung und Wahrheit heißt es dazu, Graf Toronc indessen betrug sich musterhaft, nicht einmal seine Landkarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, still und ordentlich, aber freilich, da den ganzen Tag und einen Teil der Nacht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Klagender dem anderen folgte, Arrestanten gebracht und fortgeführt, alle Offiziere und Adjutanten vorgelassen wurden, da der Graf noch überdies täglich offene Tafel hielt, so gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Hause, das nur eine durch alle Stockwerke unverschlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gesumme wie in einem Bienenkorbe, obgleich alles sehr gemäßigt, ernsthaft und streng zuging. Der Aufenthalt des Königsleutnants in unserem Hause verschaffte uns den Vorteil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen und besonders die ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Galerien, sehr bequem die Generalität bei uns vorübergehen. Gerade diese wechselvolle Zeit in seinem Elternhaus, in dem es nun nur so summt und brummt von Besuchern, ist für Goethe eine besonders prägende. Denn einerseits genießt er nun, da die Verhältnisse ohnehin so ungewöhnlich sind, viel mehr Freiheit als zuvor. Wie es ihm beliebt, kann er nun ein- und ausgehen, läuft in der Stadt umher und vor allem mit großer Freude in die französische Komödie, die seine Theaterleidenschaft ungeheuer anstachelt. So bringt ihm gerade der Umstand, dass das Haus im Hirschgraben mit seinem offenen Treppenhaus und den großen Vorplätzen so gar nicht für das Unterbringen unterschiedlicher Parteien geeignet ist, einen großen Vorteil. Zwar muss er sein eigenes Zimmer im Dachgiebel vorübergehend aufgeben, da der kunstsinnige Graf Thuronk dieses als Atelier für Auftragsarbeiten nutzen will, für die er Künstler aus dem ganzen Umland beschäftigt. Gerade dieser Umstand aber, der kleine Wolfgang hatte zuvor ein großes Zimmer mit günstigem Lichteinfall, bereitet dem Knaben letztlich doch viel Freude, denn er darf den Malern bei der Entstehung der Kunstwerke zusehen und so manches lernen. Für den Augenmenschen Goethe eine Zeit des Erfahrens und der unauslöslichen Eindrücke, auch wenn er noch ein Kind ist. Das Haus, dessen Gemälderaum und sein eigenes lichtes Zimmer haben ihm diese Freuden verschafft, an die er sich in Dichtung und Wahrheit ebenfalls ausführlich erinnert. Nach dem Auszug des Grafen und dem späteren Abzug der Franzosen werden die Studien der Kinder nun wieder aufgenommen. Zunächst finden sie sich schwer in die alte Ordnung und Regelmäßigkeit, dann aber wird umso gründlicher gelernt. Da der junge Wolfgang zusammen mit seiner Schwester daheim unterrichtet wird, sind die Räumlichkeiten seines Elternhauses, die Sammlungen des Vaters, die Bibliothek, das Musikzimmer und sein eigenes Reich, die Orte des Geschehens, das die vielfältigen Interessen Goethes bis an sein Lebensende bestimmt. Latein, Griechisch, Hebräisch, Englisch, Französisch und Italienisch werden getrieben, religiöse Unterweisung, Naturwissenschaften, Geschichte, Geografie, Zeichnen und Musikunterricht, nebst dem von Goethe zu dieser Zeit noch wenig beliebten Tanzen, stehen auf dem Lehrplan. Auch die ersten Jurastudien absolviert er bereits hier unter der Aufsicht des Vaters. So ist der 16-Jährige gut vorbereitet, als er sich zum Studium nach Leipzig aufmacht. Dort genießt er bei weitem größere Freiheiten und lernt ganz andere Verhältnisse als die in Frankfurt kennen. Bei seiner ersten Rückkehr, nur ein Jahr später, hat sich der junge Student nicht nur äußerlich und in seinem ganzen Auftreten geändert. Es gelingt ihm auch, den Vater gründlich zu verärgern, indem er nun mit einer gewissen jugendlichen Überheblichkeit das Elternhaus zu kritisieren wagt, dessen barocke Einrichtung, wie zum Beispiel der reich verschnörkelte Spiegel im ebenerdigen Wohnzimmer, den man heute noch sehen kann, ihm nicht mehr zeitgemäß und dessen schönes, vom Vater so geliebtes Treppenhaus als Raumverschwendung erscheint. In Dichtung und Wahrheit schreibt Goethe dazu, denn junge Leute bringen von Akademien allgemeine Begriffe zurück, welches zwar ganz recht und gut ist, allein, weil sie sich darin sehr weise dünken, so legen sie solche als Maßstab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren müssen. So hatte ich von der Baukunst der Einrichtung und Verzierung der Häuser eine allgemeine Vorstellung gewonnen und wendete diese nun unvorsichtig im Gespräch auf unser eigenes Haus an. Mein Vater hatte die ganze Einrichtung desselben ersonnen und den Bau mit großer Standhaftigkeit durchgeführt und es ließ sich auch, insofern es eine Wohnung für ihn und seine Familie ausschließlich sein sollte, nichts dagegen einwenden. Auch waren in diesem Sinne sehr viele Häuser von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und berührte große Vorsäle, die selbst recht gut hätten Zimmer sein können, wie wir denn auch die gute Jahreszeit immer da selbst zubrachten. Allein dieses anmutige, heitere Dasein einer einzelnen Familie, diese Kommunikation von oben bis unten ward zur größten Unbequemlichkeit, sobald mehrere Partien das Haus bewohnten, wie wir bei der Gelegenheit der französischen Einquartierung nur zu sehr erfahren hatten. Denn jene Szene mit dem Königsleutnant wäre nicht vorgefallen, ja, mein Vater hätte weniger von allen Unannehmlichkeiten empfunden, wenn unsere Treppe nach der Leipziger Art an die Seite getränkt und jedem Stockwerk eine abgeschlossene Türe zugeteilt gewesen wäre. Diese Bauart rühmte ich einst höchlich und setzte ihre Vorteile heraus, zeigte dem Vater die Möglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Zorn geriet, der umso heftiger war, als ich kurz vorher schon einige schnörkelhafte Spiegelrahmen getadelt und gewisse chinesische Tapeten verworfen hatte. Es gab eine Szene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, doch meine Reise nach dem schönen Elsass beschleunigte, die ich denn auch auf der neu eingerichteten bequemen Diligence ohne Aufenthalt und in kurzer Zeit vollbrachte. Als der Dichter dies für Dichtung und Wahrheit niederschreibt, hat er bereits viel Abstand zu dem jungen Ich gewonnen, das sich so weise düngt und ist dem Elternhaus durchaus wieder zugetan. Schließlich setzt er diesem in seinem Alterswerk ein unvergessliches Denkmal. Vielleicht wäre das dem Vater, dessen geliebte Barockmöbel so herabsetzend behandelt wurden, ein später Trost. Nun begeben wir uns in den dritten Stock, in Goethes Zimmer. Die privaten Räume der Familie liegen ja weiter oben. Die Zimmer des Vaters und der Mutter, die Bibliothek, das Gemäldezimmer und das Damenzimmer, die befinden sich im zweiten Stock, wie auch das Zimmer für Cornelia, während Goethe oben im dritten Stock sein Reich hatte. Und das wird jetzt nach und nach zu einer Pilgerstätte. Nachdem grünen Ruhm erlangt und sich dauerhaft in Weimar niederlässt, bleibt das Goethe-Haus auch nach dem Tod des Vaters noch für lange Zeit Wohn- und Wirkungsstätte seiner Mutter, der Frau Rat Goethe. Gesellig und vielseitig interessiert, wie sie ist, empfängt sie ohnehin viele Gäste und wird allmählich sowohl zum Kustos als auch selbst zur Sehenswürdigkeit des Elternhauses eines vielbeachteten und hochverehrten jungen Dichters. In einem Brief an einer Freundin beschreibt Goethes Mutter dieses muntere Treiben im Haus. Das Vertrauen, so sie zu mir haben, freut mich ungemein. Ich würde es ihnen in einer langen Epistel noch deutlicher vorlegen, wenn nicht mein Haus von oben bis unten mit schönen Geistern vollgepfropft wäre. Wieland ist schon einige Tage da, auch Freund Merck. Herr Dr. Wagner wird es ihnen sagen, dass von morgen bis in die liebe Nacht alles drunter und drüber geht. Denn liebe Frau Gevatterin, da sie selbst einen Poeten zum Mann haben und also aus Erfahrung wissen, dass die Gattung Menschen in einem Tag mehr Unfug anrichtet als wir anderen armen Erdenwürmer in einem Jahr, so können sie sich leicht meine damalige häusliche Unordnung und Verwirrung vorstellen. So avanciert Mutter Goethe gewissermaßen zur ersten Fremdenführerin durch das Goethe-Haus, die mit ihrer herzlichen Art und ihrem feurigen Wesen die Besucher in ihren Bann zieht. Schließlich wollen alle nicht nur Goethes Elternhaus, sondern auch die Mutter des Dichterfürsten kennenlernen. Besondere Anziehungskraft entwickelt dabei eben das Dichterzimmer im dritten Stock. Das Zimmer, das Goethe als Knabe und auch nach seiner jeweiligen Rückkehr aus Leipzig, Straßburg und Wetzlar bewohnte. Ernst Beutler, einer der Direktoren des Freien Deutschen Hochstifts und zu Recht als Retter des Goethe-Hauses bekannt, mehr dazu später, schreibt über dieses Zimmer in seinen Essays um Goethe und auch die Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand ward hier in diesem Raume niedergeschrieben mit fliegender Feder in sechs Wochen und angesichts der Silhouette von Lotte Buff wurden aus Briefen, Erinnerung und Gegenwart die Leiden des jungen Wärters. Hier vergegenwärtigte sich der jugendliche Dichter die Todesängste der Kindsmörderin, die nur wenige Schritte entfernt im Turme lag und ihrer letzten Stunde entgegen harrte. Hier ist Lilly Schönemann strahlend wie der Frühling über die Schwelle geschritten und wiederum war die Liebe Qual und Leid für den Dichter, der sich an die Geliebte binden und doch die Freiheit seines Schöpfertums wahren wollte. Bedrängt vom Leben war Goethe und bedrängt von Visionen. Die Gestalten der Wirklichkeit und die Erscheinungen seiner Fantasie, sie haben in diesem schlichten Zimmer ihre, wenn auch nur für den Dichter sichtbaren Begegnungen gehabt. Merck stand hier und hinter ihm Mephisto. Schatten hielten tags und nachts ihre Zwiesprache, Maria und Weislingen, Faust und Wagner, Fernando und Stella. Aber auch alle Großen der Zeit, soweit sie jung waren und stürmisch und vom Genius beschwingt, sind hier zu Gaste gewesen, Lenz und Klinger und Jakobi, Lafferter und die Raffen Stolberg, Wieland und Klopstock. Ja, auch als Goethe selbst schon nicht mehr in Frankfurt lebte, hielten die Wallfahrten an. Aber auch den Dichter selbst zieht es wieder nach der Heimat. Zwischen Weimar und Frankfurt herrscht reger Briefverkehr und eines Tages kommt Goethe gemeinsam mit seinem Herzog zu Besuch. Nicht ohne zuvor genaueste Anweisungen zur Unterbringung Perdepesche voraus zu senden. Da schreibt er Ungefähr in der Hälfte September treffen wir ein und bleiben ganz still einige Tage bei euch. Für den Herzog wird im kleinen Stübchen ein Bette gemacht und die Orgel, wenn sie noch da stünde, hinaus geschafft. Das große Zimmer bleibt für Zuspruch und das Entree zu seiner Wohnung. Er schläft auf einem sauberen Strohsacke, worüber ein schön Leintuch gebreitet ist, unter einer leichten Decke. Das Kaminstübchen wird für seine Bedienung zurecht gemacht, für mich oben in meiner alten Wohnung auch ein Strohsack wie dem Herzog. In das Herzogszimmer tu sie alle Lystress heraus, es würde ihm lächerlich vorkommen. Die Wandleuchter mag sie lassen. Sonst alles sauber wie gewöhnlich und je weniger anscheinende Umstände je besser. Es muss ihr sein, als wenn wir zehn Jahr Fürstenhöfen mittlerweile Mode ist, mag der Frau Rat einiges an Extra-Arbeit und allerdings an Umständen verursacht haben, da ja ein Großteil der Einrichtung der Belletage herausgeschafft werden sollte, obwohl ihr für ihren Geliebten Heschelhans natürlich kein Opfer zu groß war. Vor allem aber zeigt dieser Brief, dass sich an der Einrichtung des Goethe-Hauses in der Zwischenzeit gar nichts geändert hat. Ja, Goethe alles bei wie gewohnt, bis sie dann schließlich das Haus veräußert. Da sie Witwe ist und nur noch wenige Dienstboten benötigt, bietet das weitläufige Gebäude zu viel Angriffsfläche für weitere militärische Einquartierungen. Von 1793 an bemüht sie sich daher um den Verkauf des Hauses im Hirschgraben. Sie will sich verkleinern und ein Logis an der Hauptwache im Haus zum goldenen Brunnen beziehen. Kein leichtes Unterfangen. Schließlich ist doch das Haus ausgesucht, wenn auch mittlerweile mit aus der Mode gekommenen Barockmöbeln eingerichtet. Die riesigen Sammlungen von Bildern, Büchern, Landkarten, Kuriositäten, Kleinplastiken, Münzen etc. kann sie unmöglich mitnehmen. Ebenso wenig wie die alten Herren, nämlich die seit Dekaden im Keller schlummernden Weine. Bis 1795 zieht sich dann der Hausverkauf hin. Vieles wandert zu ihrem Sohn und ihrem Schwiegersohn, noch mehr aber wird verkauft, versteigert oder verschenkt. Wie Weiland bei Großmutter Goethe, die das Grundstück des Weinkellers halber erwarb, hat auch jetzt der Käufer, ein Weinhändler, vor allem wegen des Kellers angebissen. Am ersten Mal 1795 schreibt die Frau Rath an ihren Sohn, Endlich erscheint Gott sei Dank die Zeit, dass ich das Haus verkaufen kann. Die Last, die ich bisher getragen habe, wurde mir sehr beschwerlich. Mit jedem, der es sehen wollte, musste ich wie natürlich vom Boden bis in den Keller hinauf und herabsteigen, dass meinen oft von schmerzbeschwerten Beinen eben kein Labsal war und sobald sie den Preis von 2000 Karolinen hörten, kam keiner wieder. Die Ursache lässt sich leicht erklären. Vor 40 Jahren war unser Haus eins der schönsten in der Stadt. Der Lussus, das ist Mutter Goethes Variante von Luxus, der Lussus ist seit der Zeit nun so gestiegen, dass es vor sogenannte vornehme und reiche Leute die jetzige modische Herrlichkeiten nicht hat. Keinen Saal, wo 40 Personen speisen können, in dem Vorderhaus, in allen Zimmern Durchzüge, auch sind die Zimmer den vornehmen Leuten nicht hoch genug und so weiter. Leuten von einer anderen Gattung war es wieder zu hoch im Preis, zumal da es nur eine Küche hat. Man sieht, der Verkauf war gar keine einfache Sache, deswegen dauert es auch zwei Jahre, bis er dann unter Dach und Fach ist. Auch die Möbel finden ihre Abnehmer, die Zeichnungen werden nach Weimar abgegangen sind. Einzelstücke, einige Büsten und das Familienporträt bietet die Mutter auch dem Sohn an, ebenso das berühmte Puppentheater, mit dem er als Kind gespielt hat, das dann aber den Weg zu einer ihrer Freundinnen findet. Der Großteil der Sammlungen wird auseinander gerissen, verschenkt und verkauft, aller Kling-Klang, wie die Frau Rath es nennt, die sich nun an der Hauptwache ganz in drei Zimmern einrichtet. Das Haus wird nun nicht länger von den Goethes bewohnt. Es ist leer von den Erinnerungsstücken an Goethe und nimmt neue Bewohner auf. Die Zeiten, als Goethe-Verehrer direkt ins Goethe-Haus pilgern konnten, scheinen vorbei. Nunmehr müssen sie von der Straße aus die Städte seiner Jugendzeit bewundern. Goethe selbst, als er lange nach dem Tod seiner Mutter 1814 und 1815 noch einmal Frankfurt besucht und dort ihm unvergessliche Tage bei den Willemers in der Gerbermühle verbringt, geht auf einem abendlichen Spaziergang einmal durch den großen Hirschgraben und hört dort von der Straße aus im Haus die Uhr schlagen, deren Klang ihm nach Jahrzehnten immer noch vertraut ist. Ins Haus hinein geht er aber nicht, auch anderen Besuchern bleibt es nun lange verschlossen. Der Einrichtung beraubt und von Fremden bewohnt, ist das nun das eigentliche Ende des Goethe-Hauses? Der Andrang von Besuchern reißt nicht ab, auch wenn man das Haus nur noch von der Straße aus betrachten kann und manche Goethe-Verehrer es nicht einmal finden, da es nicht gekennzeichnet ist. Nach einiger Zeit verrät es sich aber durch die regelmäßig auftauchenden Mengen von Touristen. Englische Reisende schleppen gar Stühle herbei, um von der Straße aus die Fassade des Hauses abzuzeichnen. Ein wirklich würdiger Gedenkort, ein Zugang zum Haus muss wieder her. Aber wie? Immerhin wird eine Gedenkplakette angebracht, es wird ein Gedenkzimmer eingerichtet und auch ein Gästebuch ausgelegt, sodass sich Besucher verewigen können. Doch reicht dieser Notbehelf nicht für die Fluten von Gästen, die Goethes Elternhaus sehen und besichtigen wollen. Das Haus wird ja weiterhin von Privatleuten genutzt, die sogar Untervermieten. Eine von diesen Untermieterinnen, die Schriftstellerin Virginia Wunderlich, schildert das Gedenkzimmer so. Da stand noch Wolfgangs mit weißer ölfarbene bestrichener Pult. Da waren noch die altertümlichen Stühle, Handzeichnungen und mehrere unter Glas und Rahmen gebrachte Autografen des Dichters. Eine mehr als lebensgroße Büste des Dichters, das Haupt mit einem natürlichen Lorbeerkranz umwunden, stand auf dem Tisch. Vor dieser Büste lag aufgeschlagen das in roten Saffian gebundene Buch, in das die Besucher des Gütezimmers ihre Namen aufzuzeichnen pflegen. Trotz des guten Willens, das Zimmer ist im falschen Raum eingerichtet, in dem nach hinten hinausliegenden Gartenzimmer, das auch als Seidenraupenzimmer bekannt ist, das eigentliche Dichterzimmer blickt zur Vorderseite des Hauses auf den Hirschgraben. Auch erfährt die weihevolle Stimmung mancherlei Abbruch dadurch, dass der Rest des Hauses ganz mundan genutzt wird, moderner eingerichtet ist und vor allem auch dadurch, dass allerhand Umbauten vorgenommen werden, die den ursprünglichen Charakter des Gebäudes allzu sehr zu verändern drohen. Noch 1861 beklagt sich ein Gast, Georg Pochwill aus Wien, in einem Eintrag in dem in roten Saffian gebundenen Gästebuch, dass Frankfurt nicht das Goethe-Haus zur Einrichtung eines Museums aufgekauft habe, mit den bitteren Worten O Deutschland, wie gehst du um mit deinen Heroen? Doch Rettung naht, in der Gestalt von Otto Volger. 1859 hatte er einen Verein gegründet, das Freie Deutsche Hochstift für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung. Zum Ankauf des Goethe-Hauses als dessen Stiftsort musste er eine Hypothek auf sein eigenes Haus aufnehmen, Sponsoren finden und Spenden sammeln, bis die gesamte Summe von 56.000 Gulden beisammen war. Von nun an war Goethe quasi der geistige Schirmherr des Hochstifts, der ihm auch durch unsichere Zeiten half und immer wieder Unterstützer auf den Plan rief. Die Wiederinstandsetzung des Elternhauses war eine Herkulesaufgabe. Die Stadt hatte größere Umbauten und Veränderungen genehmigt, die es nun zurückzunehmen galt, etwa neue Durchbrüche für Türen und Schaufenster im Erdgeschoss, die Entfernung des Brunnens im Hof, ebenso wie die Abnahme der eisernen Fensterkörbe im Erdgeschoss. Die Einrichtung, die Kunstgegenstände, die Erinnerungsstücke an Goethe und an seine Familie fehlten. Nur ein kleiner Rest an Möbeln war vorhanden, wie aus der Inventarliste nach dem Ankauf hervorgeht. Inventarliste des Goethe-Hauses vom 9. April 1863. Aus dem Arbeitszimmer Goethes fanden sich folgende Gegenstände vor. Zwei weiß ölfarbig angestrichene Tische. Zwei alte Sessel mit Lederüberresten, mit dem Bilde von Goethes Studierzimmer stimmend. Ein weiß ölfarbig angestrichener Stehpult. Ein großes Ölbild, Klammer auf Goethe, Klammer zu. Eine Gipsbüste, Klammer auf Goethe, Klammer zu. Ein kleines Gipsstandbild, Klammer auf Goethe, Klammer zu. 24 Bilder und Handschriften im polierten Kirschbaumholzrahmen. Das Haus soll so weit wie möglich wieder in den Originalzustand versetzt werden. Dazu brauchte es Geld. Auch hier öffnet Goethes Name in Verbindung mit Volgers Bettelbriefen wieder Türen und Geldbörsen. Sogar der Kaiser von Österreich und einige Könige zücken die erlauchten Brieftaschen. Ab 1863 können so Gäste wieder in Begleitung eines Führers das Haus besuchen. Freilich ist dieses noch nicht vollständig wieder als Wohnhaus eingerichtet. Der Lesesaal, die Bibliothek und die Verwaltung des Hochstifts sind ebenfalls im Haus untergebracht. Auch sollen hier regelmäßig Vorträge stattfinden. Immerhin, selbst die kurz nach der Eröffnung folgende Einnahme Frankfurts durch die Preußen 1866 übersteht das Goethe-Haus gut. Obwohl Volger sogar die schwarz-rot-goldene Festfahne auf dem Giebel, die er zu Ehren des 118. Geburtstags des Dichters entrollt hat, unter Androhung von Gewalt und Strafe seitens der preußischen Polizeibehörde wieder einziehen muss. Das Volger bei dieser Gelegenheit das Goethe-Haus als bürgerliche Hütte im Gegensatz zu den stolzen Prachtsälen der Könige sieht, zeigt er, indem er die Verse zitiert, Ob stürzen auch die stolzen Festen, ob auch die Reiche untergehen, die Hütte war vor den Palästen, sie wird nach ihnen noch bestehen. Goethes Name sichert dem Hochstift, die Unabhängigkeit. Er wird eben auch bei den Preußen verehrt. Der Besucherstrom ins Goethe-Haus reißt in den folgenden Jahrzehnten nicht ab. Wissenschaftler, Schriftsteller, Dichter, Musiker, Schauspieler, bildende Künstler, Philosophen, Komponisten, Verleger. Das Gästebuch liest sich wie ein Who is who des Bildungsbürgertums aus dem In- und Ausland. Tragen sie mehr als nur Namen und Herkunftsort ein, so zeugen ihre Äußerungen im Gästebuch häufig von Verehrung, von Ergriffenheit angesichts des Hauses, das längst als Nationalheiligtum gilt. So schreibt zum Beispiel der Dichter Richard Demel im Mai 1887, Ich hatte mich gesträubt, hier einzutreten, es trieb mich von der Gasse doch herauf. Hier oben ging mir es wie ein Heiligrätsel auf. Es hilft uns nicht. Wir müssen manchmal beten. Nach und nach verliert das Haus seinen musealen Charakter, nach und nach wird die Einrichtung so originalgetreu wie möglich wiederbeschafft. Auktionskataloge, Tapetenmuster, das Haushaltsbuch von Goethes Vater helfen dabei, alles zeitgenössisch und möglichst detailgetreu wieder herzurichten, unterstützt von Familien, die Originalstücke aus dem Besitz der Goethes seit Jahrzehnten aufbewahren und nun dem Goethe-Haus stiften. So Porzellan aus dem Besitz von Goethes Mutter, den Tisch aus dem Haushalt der Schlossers, in den Cornelia einheiratete, das Puppenspiel, das an eine Freundin der Familie verschenkt worden war. Auch der zweite Stock mit seinen reichen Sammlungen wird wieder ganz im Stil von Goethes Vater eingerichtet. Der Ankauf weiterer Grundstücke ermöglicht die Verlagerung von Bibliothek, Museum und Verwaltung sowie von Ausstellungen, von denen es unter der Ägide Otto Heuers, des nachfolgenden Direktors, zunehmend immer mehr gibt. Das Goethe-Haus ist so ganz das reine Wohnhaus der Familie Goethe und ermöglicht ein Eintauchen in ihre Welt. Heuers Nachfolger, Ernst Beutler, hat noch die Freude, im Goethe-Jahr 1932 den hundertsten Todestag des Dichters im unversehrten Goethe-Haus begehen zu können. Auch gelingt es ihm, die Gleichschaltung des Hochstifts in den darauffolgenden Jahren zu verhindern. Vor dem Bombenhagel, der die Heimatstadt des Dichters dann im Weltkrieg heimsuchen wird, kann er das ihm anvertraute Haus aber nicht bewahren. Am 22. März 1944, an Goethes 112. Todestag, wird das Elternhaus des Dichters, das bei einem Angriff im November 1943 bereits beschädigt wurde, zerstört. Josefine Rumpf, Leiterin der Bibliothek des Freien Deutschen Hochstifts, die in dieser Nacht Nachtwache hat, erlebt den Angriff mit. Aus der brennenden Stadt kann sie sich schließlich zum Mainufer retten, aber ein Durchkommen zum Goethe-Haus ist erst am frühen Morgen des 23. März wieder möglich. In ihren Erinnerungen schreibt Josefine Rumpf, Noch schwelte und brannte alles. Es war nicht daran zu denken, hineinzugehen und irgendetwas zu bergen. Es war keine Feuerwehr da. Aber wir betrafen auf Herrn Lauer, der die Nacht am Gutenberg-Dinkmal zugebracht hatte und suchten gemeinsam eine Feuerwehr fürs Goethe-Haus, das noch stand, freizubekommen. Nach langen, schwierigen Verhandlungen mit den verschiedenen Befehlsleuten und nachdem endlich genügend Schläuche gefunden waren, um das Wasser vom Rossmarkt herüberzuleiten, begann man zu spritzen. Der Strahl war aber sehr dünn und schwach und hatte nicht genügend Druck, um bis zu den oberen Stockwerken vorzudringen. Auch wurde die Feuerwehr wiederholt von Herrn Christ vom Uhrengeschäft am Eck abgelenkt, der durch Verteilung von Zigaretten die Feuerwehr bewog, auf sein Haus den Strahl zu lenken. Am Spätnachmittag traf ich dann Professor Beutler am Haus und die Feuerwehr von Dudenhofen, dabei wird beschäftigt, erneut das immer noch brennende Goethe-Haus zu retten. Vom nächsten Tag an halfen dann 14 Soldaten der Pioniere aus Hanau, die Herr Lauer und ich zur Rettungsaktion ausfindig gemacht hatten. Noch immer stand das Haus zu zwei Drittel und man versuchte, die Marmortafel über dem Eingang herauszubrechen. Bei dieser Gelegenheit stürzten jedoch der erste und zweite Stock zusammen. Das Ende des Goethe-Hauses? Vielleicht ja. Hätte es da nicht den langjährigen Direktor des Hochstifts, Ernst Beutler gegeben, von dem wir zuvor schon gehört haben, dass er sich als Retter des Goethe-Hauses erweisen sollte. Er hatte lange Zeit gehofft, Frankfurt werde nicht bombardiert werden, weil dort das Geburtshaus Goethes stand und weil alle Nationen den kosmopolierten Goethe so sehr schätzten. Dennoch hatte er sich auf das Schlimmste vorbereitet und direkt nach Kriegsbeginn mit dem Ausräumen der Kulturgüter aus dem Goethe-Haus und aus dem Goethe-Museum beginnen lassen. Sowohl aus eigenem Antrieb als auch auf die Richtlinien für die Durchführung des Luftschutzes hin, die Museumsleitern bei Kriegsbeginn Maßnahmen vorgaben. Möbel, Bilder, Bücher werden aus der Stadt verbracht, Stuck, Türschlösser, Öfen werden in Zeichnungen kopiert, der Zustand des ganzen Hauses mit Fotografien dokumentiert. Schon der erste Angriff, den das Goethe-Haus 1943 erlitt, hatte schwere Schäden bewirkt, wie Beutler in einem Brief an einen Freund schilderte. Neben mir, das Goethe-Haus, ist eine einzige Klage. Verkohlte Dachsparren da, wo der Vater die Schlacht bei Bergen beobachtete, die Mutter die Wiege aufhob, der Sohn heimlich die Texte der Puppenspiele lernte. Und die Räume selbst? Die Stuckdecken brechen herunter und Lehm und Stroh liegen bloß. Die Wände triefen und überziehen sich mit weißem Pilzgeflecht. Der Fußboden wirft sich und bricht auf wie eine Krankheit. In den nächsten Tagen soll endlich Holz kommen für ein Notdach. Die Bürokratie der Stadt war nie bürokratischer. Am 23. März des nächsten Jahres steht Beutler dann vor den Trümmern des Hauses. Dass man möglichst viele Spolien, also Überreste des Originalhauses bergen muss, dass es einen Wiederaufbau geben soll und muss, steht für ihn bereits fest. Auch wenn er vielleicht noch nicht ahnen kann, wie viele Hindernisse es dabei zu überwinden gelten wird. Man macht sich an das Bergen von Schlössern, Fensterriegeln, alten Steinen aus dem Schuttberg. Vieles davon wird beim Wiederaufbau Verwendung finden. Manches wird bis heute noch im Keller aufbewahrt. Aber so weit, dass man an den Wiederaufbau denken kann, ist es noch lange nicht. Einstweilen bieten das zusammengestürzte Haus, der Schutt, der Staub, einen traurigen Anblick. Die Dichterin Marie-Louise Kaschnitz, die seit 1941 in Frankfurt lebte und nach ihrer Flucht nun wieder zurückkehrt, hat dieses apokalyptische Bild in ihrem Gedichtzyklus Rückkehr nach Frankfurt eingefangen. Ich weiß nicht, ob ich wachend lag oder ob ich schlief. Ich stand vor dem Haus, wo er Tag um Tag über die Treppen lief, wo man Geräte und Bilder gehegt und Uhr und Puppenspiel, wo ihn zuerst die Welt erregt und er der Welt gefiel. Und das Haus war ein Loch, ein Kellerschacht, ein Haufen Dreck zum Hohn. Und Schilder waren dort angebracht. Darauf stand Besitz der Nation. Ich las die Zeichentraum genau über dem wehenden Gras. Gestalten bückten sich ins Grau und sammelten irgendetwas. Und plötzlich stand am Straßenrand er selber in Fleisch und Blut. Er trug nicht den blauen Rock mit dem Band und nicht den Kampagnerhut. Er trug nicht einmal sein eigenes Gesicht. Ich wusste nur, er war da. Und ich erschrak wie vorm jüngsten Gericht. Weil er sein Haus ansah. Doch schaute er gar nicht hinab in die Gruft. Er zählte die Fenster rein. Er spähte in Räume aus lauter Luft. Es strahle dort Kerzenschein. Er folgte über dem Nichts der Wand einer alten Spur und lauschte mit erhobener Hand den Schlägen einer Uhr und maß den öden Trümmerschlick wie man ein blühendes Beet wie man ein Ganzes überblickt das schön gewachsen steht. Da wusste ich ihn unerreicht vom blutigen Vergehen weil die Vollendeten vielleicht nur die Vollendung sehen. und hörte selbst ehe alles schwand den letzten hellen Ton und las auf dem Schild über Schutt und Sand die Worte Besitz der Nation. Diesem ewigen Goethe-Haus aus Luft und Geist wieder ein irdisches Gewand zu geben macht Beutler sich zur Aufgabe. Er muss sich gegen Zweifler und gegen Gegner durchsetzen erhält aber auch viel Zuspruch und Unterstützung von prominenten Goethe-Freunden aus aller Welt und kämpft darum das Erbe des großen Hirschgrabens fortbestehen zu lassen. Vor der Magistratssitzung am 19. April 1947 in der über die Zukunft des Goethe-Hauses entschieden wird schreibt er an Oberbürgermeister Walter Kolb Am 28. August 1949 wenn sich Goethes Geburtstag zum 200. Male jährt darf der große Hirschgraben nicht mehr den heutigen Anblick haben. Das freie deutsche Hochstift seit 1863 der Hüter und Eigner von Goethes Geburtsstätte wünscht dass bis dahin das Haus das jetzt in Trümmern liegt neu erstanden ist und die Bürger Frankfurts wünschen das auch. Wir sind uns bewusst Le mort ne revient pas Indessen kommt es uns darauf an nicht für uns die wir das Urbild ja noch kennen wohl aber den kommenden Geschlechtern die das Alte nie erleben durften im Erinnerungsbild wenigstens einen Abglanz des Gewesenen zu vermitteln Das alte Frankfurt ist zugrunde gegangen Es stehen von der mittelalterlichen Stadt nur noch einige Kirchen Wir wollen in einem einzigen Haus zeigen wie die Stadt als Ganzes ausgesehen hat wie eine gotische Fassade aussah wie Flur und Treppe und die Einrichtung der Zimmer gewesen in denen unsere Vorfahren vor Jahrhunderten gewohnt haben und wir wollen dazu diejenige Städte bestimmen die uns dadurch geweiht ist dass sie der Raum war in dem sich die Jugend des größten Deutschen abgespielt hat Das einzige Haus übrigens bei dem eine solche Wiederherstellung möglich ist weil bis in die letzten Winkel hinein Zeichnungen und Fotografien alles was gewesen ist festhalten und weil einschließlich der Muster der Stukatur der Türstösser der Wandpanelierungen der Tapeten die ganze innere Einrichtung ohne jeden Verlust erhalten ist Hier soll weder ein Goethe-Kult getrieben werden noch eine falsche Reliquien-Verehrung Aber wir glauben im Sinne Goethes zu handeln dem das anschauende Auge das Organ war mit dem er die Welt aufnahm Wenn wir die Welt seiner Jugend so weit im Abbild wiederherstellen als das möglich ist Hat er doch auch der Juno Ludovisi in seinem Weimarer Hause einen bevorzugten Platz gegeben und in diesem einen Götterbild den ganzen Olymp und die Antike nacherlebt Obwohl er wusste dass es nicht das antike Original war dem er gegenüber stand sondern eine neue Nachformung aus römischem Gips von 1827 Kommende Geschlechter werden es uns danken wenn wir ihnen die Möglichkeit schaffen die Atmosphäre von Goethes Jugend aus der Kraft der eigenen Fantasie und der Stärke des eigenen Herzens nachzuerleben Von entscheidender Bedeutung ist dabei das Raumgefühl Wenn sich die römischen Prospekte die im Treppenhaus gehangen haben und die die Fantasie des Knaben entzündeten in einem modernen neutralen Museum wiederfinden bedeuteten sie nichts Hängen sie aber in einem Treppenhaus das genau die beschwingten Proportionen des Alten hat in das außerdem noch das alte Schmiede Eiserne Treppengeländer mit den Initialen der Eltern wieder eingebaut ist so wirken sie wie sie einst gewirkt haben und was für diese römischen Stiche gilt gilt für alle Einrichtungsgegenstände des Hauses ausdrücklich aber sei bemerkt dass es sich bei der Nachbildung des Goethe-Hauses um einen Sonderfall handelt und dass damit keineswegs dem Wiederaufbau alter Straßenzüge oder Stadtviertel das Wort geredet werden soll das Freie Deutsche Hochstift wünscht die Nachbildung von Goethes Geburtshaus an der alten Stelle und bis ins Einzelne genau in den alten Formen es ist dies keine architektonische es ist eine rein museale Aufgabe das Hochstift ist mit seinen 6000 Mitgliedern heute die stärkste kulturelle Vereinigung Deutschlands seit zwei Jahren treffen täglich Briefe und unaufgeforderte Spenden ein die dem Wiederaufbau gelten darüber hinaus aber hat die Verwaltung des Hochstifts eine Rundfrage in den geistig führenden Kreisen des Landes veranstaltet um zu ermitteln wie man sich hier zu den Plänen des Hochstifts stellte die Antworten von begeisterter Zustimmung getragen von den angesehensten Namen unterzeichnet werden ihnen hiermit vorgelegt das Echo der Anfrage ergibt dass das Hochstift im Auftrag der Nation handelt wenn es den Wiederaufbau fordert zum Schluss sei noch auf die wesentliche Tatsache hingewiesen dass auch im Ausland die Freunde Deutschlands die Auferstehung des Hauses wünschen Frankfurt ist eben auch für das Ausland in erster Linie die Geburtsstadt Goethes Die Entscheidung des Frankfurter Magistrats ist eindeutig das Frankfurter Goethe-Haus wird originalgetreu wieder aufgebaut als Beutler 1960 der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt verliehen wird hält dieser seine letzte öffentliche Ansprache in der er an den 10. Mai 1951 erinnert den Tag an dem Bundespräsident Theodor Heuss das Goethe-Haus wieder der Öffentlichkeit übergab Beutler sagt ich habe an diesem Aufbau mit unablässiger Hingabe gearbeitet wenn sie so wollen in einem stillen Fanatismus aber bedenken sie dieses ein wenig anrühchige Fremdwort kommt von Fanum und Fanum heißt Heiligtum uns ging es ja nicht um das Haus um das äußere Gehäuse und am allerwenigsten um Architektur uns ging es um das Fanum nicht im Sinne eines Kultes wohl aber im Sinne eines kräfte ausstrahlenden Sinnbildes das nicht Wirklichkeit ist doch Wahrheit sein kann der inneren Welt Goethes von der unsere deutsche Kultur wo sie das ist was sie sein soll weithin getragen wird sollte hier eine Wirkungsstätte geschaffen und erhalten werden am 3. April 1951 schreibt Thomas Mann an Beutler und an das Freie Deutsche Hochstift es war ein schöner Tag dieser Todestag Goethes an dem der Baumeister das wiederhergestellte Haus am großen Hirschgraben der Verwaltung des Hochstifts übergab und ein schöner Tag wird er sein dieser 10. Mai wenn der Bundespräsident selbst vor einem kleinen erlesenen Kreis festlich teilnehmender die Weihe von Frankfurts kulturellem Heiligtum vollziehen wird aber nehmen Sie denn und ganz Frankfurt ganz Deutschland meine herzlichen Glückwünsche zu dem Ereignis ich stelle Sie voran weil es ohne Ihren festhaltenden Willen und Enthusiasmus kaum Ereignis geworden wäre im Übrigen was kann man besseres wünschen als das im deutschen Volk der Geist seines besten Sohnes dieses Fürsten des Friedens und der Gesittung immer fester und tiefer Wurzel schlagen möge aus der neuen Heimat USA kam auch Post von Frankfurtern die wie Städeldirektor Georg Swazensky in die Immigration getrieben worden waren seinem Frau Marie Tochter des großen Frankfurter Mäzens Viktor Mössinger schrieb an Ernst Beutler Sie sind beide diese Tage über so ganz besonders nah und deutlich vor mir oder um mich da ich die beiden Hefte mit solcher Leidenschaft gelesen habe die Einweihung und das achte Rundschreiben vielen herzlichen Dank also dafür auch im Namen von Georg Mit naivster Freude habe ich Herrn Beutlers Bericht über die Einräumung des Goethe-Hauses gelesen wie deutlich steht alles vor mir und wie wunderbar ist es dass alles gerettet wurde was dieses Haus mir von meiner frühesten Kindheit an bedeutet das kann ich kaum jemand sagen und wie schön dass es nun wieder dasteht um anderen jungen Menschen ebenso ein Feiertagsglück zu werden oder ein Brot an dem sie ihr Leben lang zehren können Als letztes möchte ich Ihnen jetzt noch ein Gedicht von Goethes letzter großer Frankfurter Liebe mit auf den Weg geben von Marianne Willemer mit dem sie 1818 den Goethe-Freund Zulpice Bossere nach Frankfurt locken wollte und mit dessen Anfangsworten ich diesen Vortrag begonnen habe Die Goethe-Referenz zu dem berühmten Gedicht Kennst du das Land wo die Zitronen blühen ist Ihnen sicher gleich ins Auge beziehungsweise ins Ohr gefallen Kennst du das Haus in dessen stillem Raum schaut ahnungsvoll aus erstem Dichtertraum ein schlafend Kind das Land wo mild umweht die Myrte still und hoch der Lorbeer steht kennst du es wohl dahin dahin musst du oh Freund mit all den Deinen ziehen mit diesen Zeilen möchten wir sie sehr gerne auffordern mit all den ihren wieder einmal ins Goethe-Haus zu ziehen um uns dort zu besuchen wir und Goethe würden uns alle sehr freuen es las und sprach für das Freie Deutsche Hochstift Schauspielerin Katharina Schaaf Schauspieg zu Untertitelung des ZDF, 2020